Herzlich Willkommen zu diesem neuen FileMaker Video. Mein Name ist Carsten Risseo und in dieser kleinen Serie geht es um das Thema Dateipfade. Dateipfade sind in FileMaker dann wichtig, wenn man Informationen von ausserhalb von FileMaker bearbeiten will, eine Datei importieren oder exportieren oder eine Datei schreiben beispielsweise. Es ist auch eine Hilfe bestimmte Sachen mit FileMaker selbst zu machen, denn man kann an FileMaker Dateien verweisen und zum Beispiel auch ein Script remote ausführen oder andere Sachen auslösen. Alles über Dateipfade, das funktioniert. Wie man mit Dateipfade arbeitet, das ist das Thema von diesem ersten Video und wir schauen uns in drei verschiedenen Teilen jetzt verschiedene Sachen an. Zuerst geht es mal über Dateipfade überhaupt, was gibt es für Möglichkeiten in FileMaker. Danach im zweiten Video geht es über Exportmöglichkeiten und im dritten und letzten Video geht es um Importmöglichkeiten. Wenn man eine Datei referieren will oder einen Ordner referieren will, dann muss man dafür einen Pfad bauen. FileMaker selbst hat vielleicht nicht alle Funktionen implementiert, die man sich ausdenken kann. Es gibt Plugins, die das viel raffinierter können. Aber FileMaker hat ganz wichtige Funktionen direkt auf Abruf für jeden bereitgestellt und einige sind hier ersichtlich. Zum Beispiel den Dokumentenordner kann ich mir sehr einfach direkt holen. Das ist jetzt auf Macintosh, auf Windows ergibt es einfach einen anderen Pfad. Dasselbe gilt für den Desktop oder für diese Datei oder für FileMaker das Programm. Wo befindet sich das Programm? Es gibt einen temporären Ordner und es gibt einen Ordner mit Präferenzen. All diese Sachen, die lassen sich direkt abrufen. Und ich habe das hier gemacht, indem ich eine Reihe mit Buttons gemacht habe, also mit Knöpfen. Und habe ich da angegeben, ich werde einen einzelnen Schritt ausführen und dafür einen Feldwert gesetzt. Also den Befehl Feldwert setzen. Hat zwei Parameter. Zuerst einmal in welches Feld soll etwas hineingeschrieben werden. Das ist unter der Dateipfade das Feld This Path. Und was soll er dort ausführen? Und hier habe ich jetzt einfach gesagt hohle Dokumentenpfad. So einfach ist das. Also habe ich hier noch nichts stehen. Wie komme ich dazu? Es ist eine hohle Funktion. Da gibt es verschiedene. Ich kann also sagen hohle, Klammer öffnen und Pfad angeben. Und dann zeigt mir FileMaker eine Auswahl mit möglichen Sachen, die ich abrufen kann. Also ich muss ja nur das hier jetzt einfügen. Zum Beispiel Dokumentenpfad. Und schon ist das erledigt. Dann habe ich hier einen einzelnen Schritt definiert. Und dasselbe habe ich so für die andere Knöpfe hier auch gemacht. So kann ich ganz einfach eine bestimmte Information abholen. Und mit dieser Information kann ich dann weiter arbeiten. Skriptschritte waren für diese Darstellung noch gar nicht nötig. Aber im nächsten Video geht es gleich weiter mit Exportmöglichkeiten. Da werden wir auch einige Sachen scripten, damit das alles etwas einfacher wird. Und wir sehen uns mal wieder. Und wir sehen uns mal wieder. Vielen Dank.